Oh, da sind ein paar Leute. Oh hey, mit denen werde ich schon fertig. Oh, da sind die Leute. Oh, es steht noch ein bisschen da. Okay, warte. Dann werde ich ein bisschen Feuer ledigen. Wow. Oh. Okay. Die haben wir ganz gut erledigt. Ja, wenn ich jetzt hier hochgehe und dann dahin, sollte das eigentlich klappen. Das heißt, ich muss da lang. Ich kann eigentlich auch den Weg hier nutzen. Oh, 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 oh. Wo kommen wir denn hier hin? Oh, hi. Lustig. Das war lustig mit dir. Sind wir noch mehr Typen? Was ist denn das? Wow, was passt gut denn? Ach so, so ein Erdelement. Nee, du bist doch gar nicht schön. Nee, du kannst Blitze und so, aber das war's. Ach, da ist ja noch einer. Ich kann euch gerne abfackeln, wenn ihr da draufkommt. Oh, scheiße. Jetzt habe ich kein Feuer mehr. Wie mache ich dich mit dem Pfeilen für dich? Das schaffe ich auch. So kräftig sind deine Blitze gar nicht. Das weißt du, oder? Dass das nicht kräftig ist, was du da machst. Ah, er nimmt mir das Mana aber komplett weg. Ich kann also auch gar nicht mehr mit Klammen angreifen. Weißt du was? Yeah, nimm den Scheiß. Komm, nimm es. Nimm es. Wuhu, ey. Boah. Da geht's so. Pack, pack. Wo bist du? Oh, wer seid ihr denn da vorne? Ah, ein Verlorener und der andere. Hier bist du. Ach, ein Verlorener, okay. Ich dachte schon, du bist irgendwas anderes oder was Besonderes oder so, aber nein. Gut. Sag mal, wo geht's dir jetzt zu pack, pack? Immer noch so hoch. Okay. Kommt man hier lang? Nope. Aber den Mondstein kann ich abbauen. Okay. Okay. Hier wahrscheinlich lang, was. Mana-Tempe. Okay. Hallo, Mana-Tempe. Was auch immer das hier tut. Oh, ein magisches Symbol. Sehr gut. Wo war das mit? Selberst du kriegst du als Clown der Gefallen dann? Ja, ne, wa. Neh, ich hab das noch mal. Oh, cool. Kommen wir hier weiter? Nope. Ich bin gerade ein bisschen verunsichert, wo ich jetzt lang gehen soll, wo der richtige Weg ist. Wow, wer bist du denn? Was? 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 Kam der zweimal? Aeternas Schlachtaxt. Weißt du? Der sah aus wie ein Wolf oder so. Ein Werwolf. Was war mit dem? Mythen und Legenden. Alle mythischen Kreaturen auf N3 finden und besiegen. Okay. Ne, gut. Gehen wir eben da. Aber diese komische Kreatur war eigenartig. Der war ja wie zweimal da. Und dann. Nicht schnell. War es der Einzige? Scheinbar. War es der Einzige. Okay. Oh, da ist ein Bier. Hey, da hat er ab. Toll. Jetzt haut er einfach ab. Kommst du wieder her? Hey, Bärchen. Das hat er jetzt gebracht, Junge. Davon leuchtet irgendwas. Kommen wir jetzt in den Flüsterwald. Und dann steigt wieder mein Akanistenfieber. Habe ich eigentlich keine Lust drauf. Ich muss jetzt weiter achten. Danke, dass du euch gezeigt hast. Gucken wir das schon mal. Fertig. Aber wir wollen nach da drüben. Denn da irgendwo ist dieses Trollding. Oh, ist das ein Viech? Ein Arf. Ach. Ich glaube, die hauen mittlerweile ab wegen meinen Pfeilen. Also wenn ich sie angreife. Okay, warte. Hey, warte, warte, warte. So. Warte. Und einer ist da noch. Ah, du. Hey. Ich mach das Ding mit den Pfeilen. Nicht du. Ja gut, wenn du willst, dann... Besser? Besser. Da hinten soll das sein. Irgendwie. Wer ist denn das? Ach, ein Eiterkäfer mal wieder. Wäääh. Der hat mich noch gekriegt. Eklig. Die habe ich also auch erledigt. Oh, das ist doch... Das ist der Flüsterwald, oder? Er hat mich gefunden. Und da oben geht es, glaube ich, zu dem... Ding ist es, oder? So, der Höhle. Der zeigt das Schild immer hin, hin. Wow, nicht schlecht. Oh. Oh Gott, da sind ja noch mehr. Oh mein Gott, wie viele sind hier denn? Das ist doch viel zu viel, ey. Komm schon. Stirb. Okay. Okay. Die nur noch. Ich will es, du und siehst. Ach, der. Komm schon. Ich krieg die Draun. Yes. Huh. Das hat nicht so geklappt, wie ich gehofft hätte. Aber es hat funktioniert. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Die haben mich ein bisschen sehr überrascht, dass hier so viele von denen sind. Wer erinnert denn damit, wenn man irgend so einen komischen Troll töten will, dass hier 10.000 Menschen sind? Das ist, glaube ich, das ist, wenn man sich nicht mehr überrascht. Okay. Okay. Ist hier noch jemand? Scheinbar nicht. Okay. Der Grimmlichtstorn. Okay. Okay, dann gehen wir da nochmal rein, würde ich sagen, oder? In den Grimmlichtstorn. Okay. Das habe ich nicht getroffen. Dafür wirst du brennen, du wirst brennen, Idiot. Was war das denn für ein Spruch? Dafür wirst du brennen. Ich habe mir eine Spinne gehalten. Eww. Müsste ich da überhaupt runter? Warum? Ich sehe sie nicht wirklich. Ich sehe gar keinen bisher. Da unten sind die, oder? Ich sehe die von hier leider überhaupt nicht, aber die hat mich von hier aus gesehen. Frechheit. Ja, jetzt sehe ich sie. Und wieder treffe ich nicht. So eine Verarsche. Oh, ähm. Komm schon, sterbt. Bisschen abhauen, damit wir die vielleicht ein bisschen besser erledigen können. So, kommen sie hierher. Wissen sie, wo ich bin? Ja. Oh. Die ging gut. Und die letzte Person? Wenner war da doch noch? Okay. Weiß ja immer nicht, wo ich bin. Umso besser. So ein Scheiß echt. Kannst du jetzt mal treffen? Brauchst du ja ins Knie zu treffen, was? Das war ein eigenartiger Kampf, aber ja. Na gut. Hauptsache, wir haben sie besiegt. Ich denke schon gar nicht mehr darüber nach, was ich überhaupt für ein Mist verzapfe. Nur das Ergebnis zählt. Bla. Nemesis-Schuhe. Okay, den nehme ich mit. Selnas Bastion. Was zur Hölle ist das hier alles? Kommt man da noch hin? Ja, kommt man. Gut. Wie noch mehr Leute sind? Ew, warum ist da... Nein. Baubler und Silberschwert, Ruhnbogen. Die Frage ist gerade nur, möchte ich da hingehen? Nein. Möchte ich nicht. Kann ich euch sagen. Möchte ich nicht. Was auch immer da so tolles sein soll, ich möchte da nicht hin. Kann allerdings da rüber gehen. Das ist okay, das würde ich machen. Da ist noch eine Eisbranke. Aber ich denke mal, das war's, oder? Ich werde auf jeden Fall nicht nur weitergehen. Das sieht hier schon ziemlich endgültig aus.